Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alter, ich liebe dieses Chaos, Mann Ich liebe jedes Kabel, jedes Mikrofon Hier, den, den liebe ich auch, oder diese Leiter Ich liebe diese Leiter Und ich liebe dich, Petsch Wow Cool Äh, Phil, bist du ready fürs Meeting? Ey, Scheiße, Mann, ich liebe Meetings Das könnte sich jetzt allerdings auch ändern Ja, einige von euch kennen mich ja bereits Ibims, der Phil aus dem Internet Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Wow, der erste Drehtag, ich freue mich drauf Mit Petsch, meinem guten Freund und Autor Heinz Der Social Media Experte Jan ist auch am Start Frankie Boy David Hasselhoff David Hasselhoff Phil, Phil, erstmal ganz tief durchatmen, okay? Phil, die Produktion hat mehrfach gesagt Es ist mir scheißegal, was die Produktion gesagt hat, ja? Ich habe gesagt, ich möchte mit David Hasselhoff nicht zusammenarbeiten Ja, aber David Hasselhoff hat sich so toll auf die Sendung vorbereitet Ja, er kann jetzt richtig gut Internet David Hasselhoff Oh, come on Phil, I know you're a skeptic But we could do Neuland together I mean, come on The audience would love to see us together Wouldn't you? What are you doing there actually? Who are you talking to? Phil, that is called breaking the fourth wall That's what I do I break walls It's a joke Get it? I break walls Come on, we'll be like a team, huh? Like B.B. U. Julienko Or Daggy B and, uh Lying Yeah And they broke up years ago And they are like the dark side of YouTube I don't wanna be like Oh my god, they broke up? That makes me so sad, I love those guys Anyways, David Hasselhoff You just can't be on the show But I did a damn for you Yeah, but that's like so 2016 What about the fidget spinner? Totally 2017 David Hasselhoff In Germany we say walk with the time I have three words for you Never ever That's two words, Phil Yes It's my show and my decisions, okay? Jan Pesch, withkommen Mitkommen Er kommt mit jetzt I'm still spinning Okay Now where this is explained We can finally take care of the show We have a fantastic guest Ecofresh Yeah, but you know That the production Is for the first episode Two guests And you have also written Is this actually really Your writing Where do I get now A second guest Here? I have it How would it be With David Hasselhoff? We can't do it No David Hasselhoff Yeah You want a second guest I care about it Okay You just drink a coffee I make a few calls I make a few calls Oh Oh Poor Phil How do you want to make a phone call? When there's no phone I hate those things Hey Ist da der lustigste Mann Deutschlands? Ich find's Dein Phillyboy Der Phil Phil Laude Ähm Doch wir kennen uns eigentlich Ähm Pass auf Ich hab ne mega geile Idee Und zwar ich mach hier die Show You may have won this round But this is only the beginning Zone Ja Both Seid Eigene fifty I Two kann and In away Folmer Happ covered どれ Do Who All え Wall you Will New New Heinz ist auch wieder am Start, mein Social-Media-Experte. Gib mir eine Fist, Bro, alles fresh bei dir? Alles fresh. Was macht der Swag? Der Swag ist immer noch da, vor allen Dingen der nice Swag. Alter, Heinz, du deliverst, Alter, am laufenden Band. Du bringst Sprüche, Alter, wie machst du das? Voll Blut-Entertainer, ne? Ich weiß es manchmal auch nicht. Ja, aber deswegen, ich würde sagen, es ist perfekt, wenn du das Thema der heutigen Sendung ankündigst. Ja, okay. 100% Entertainment. Oh, großartiges Thema, sehr verbandelt mit dem Internet. Was wäre das Internet ohne Videos von Katzen, die vor Gurken erschrecken? The biggest Entertainment-Level überhaupt. Was hast du recherchiert? Im World Wide Web. Ach nee, so rum. Entertainment ist eine Kunstform, bei der der Ausübende die Menschen durch Schauspiel, Tanz, Gesang, Comedy-Einlagen oder Moderation unterhält. Also alles, was Phil nicht drauf hat. Schi-Schamant. Was für eins, Larry. Zu den großartigsten Entertainern unserer Zeit gehören Frank Sinatra, Marilyn Monroe und Hans Entertainment, Amena. Großartig. Riesenapplaus für Heinz Entertainment. Eskalation. Oh ja. Absolut. Ja, Entertainment. Was wäre das Internet ohne Entertainment? Entertainment hat so viele Formen. Es bringt uns zum Lachen, es bringt uns zum Weinen. Aber es erklärt halt auch mal die wichtigen Fragen des Lebens. Zum Beispiel, wer kommt als nächstes ins Dschungelcamp? Wer kommt als nächstes in den Recall? Wer kommt als nächstes in Katja Kraserwitze? Oh, war der zu böse? Ist okay, kann man machen, oder? Entertainment. Ich liebe ja auch großes Entertainment. Ja, so Superheldenfilme. Ey, finde ich mega. Mainstream-Entertainment. Aber lassen sich auch nichts Neues einfallen. Das ist immer Sequel, Prequel, Urquell. Au, war der schlecht. Wer hat denn, hat denn, hat denn der Ding gescheitert? Kleinen Moment. So ne Scheiße schreibst du nicht. Noch mal. Noch mal. So, Entschuldigung. Genau, das wäre geschafft. Ja. Wo war ich? Ach so, ein neuer Superheld. Ja, es gibt einen, der ist super. Oder, ja, schaut es euch einfach an. Der ist okay. Jörg Jürgens war ein ganz normaler Typ. Bis sich sein Leben eines Tages beinahe total veränderte. Eine radioaktive Erdnuss. Also, zumindest ein bisschen. Faszinierend. Diese Nuss hätte Ihnen ungeahnte Superkräfte verliehen. Und jetzt ist gar nichts passiert? Sie haben neue Fähigkeiten. Nicht gerade super, aber immerhin, es geht so. Geht so? Sie können irrsinnig schnell sprinten. Aber nur exakt drei Sekunden. Ihr rechter Arm ist unfassbar stark. Ihr Linker leider nicht. Sie haben jetzt richtige Laser. Kanonen. Nein, Pointer. Harmlose Laserpointer. Diesen Sommer wird ein neuer Held geboren. Der rettet nur unsere Kinder aus dem brennenden Haus. Ist es Batman? Ist es Superman? Geht so, man ist da. Ihr seid teilweise in Sicherheit. Geht so, man. Gott sei gepriesen. Geht so, man hat unsere beiden Kinder gerettet. Ähm, die beiden? Äh, also ihr habt, ihr, ihr hattet zwei Kinder? Äh, Moment mal. Soll das etwa heißen? Hallo. Oh, das Haus brennt. Ja, was hätte ich machen sollen? Ich habe nur einen starken Arm. Ich hätte selber draufgehen können. Hier nicht beschweren. Die Kinder der Frau da drüben sind alle draufgegangen. Würde mal sagen, das Glas ist halt voll. Du bist ja gar kein Superheld. Du hast ja gar keinen Zeitkick. Ähm, das finde ich politisch jetzt nicht ganz korrekt. Wer bist du denn? Ich bin der unglaubliche Halb. Guten Tag. Cinema teilweise okay. Er ist nicht der Held, den wir verdienen. Er ist nicht der Held, den wir brauchen. Naja, er ist besser als nichts. Kino-Web fühlte mich durchschnittlich unterhalten. Und was kannst du eigentlich? Bild. Fantastisch. Gemeinsam sind wir so stark wie ein ganzer Superheld. Die Attacke! Geht so, man. Ja, von Geht so kommen wir jetzt wieder. Oh. Hui. Tu es nicht. Oh. Kann ich hin. Der unglaubliche Halb. Von Geht so kommen wir jetzt wieder zu Super. Wir haben tatsächlich einen wundervollen Gast heute, der sich entertainmenttechnisch genauso gut auskennt wie Heinz Entertainment. Er ist Rapper, er ist Songwriter und Schauspieler. Er hat mir auf die Anfrage, ob er in diese Show kommt, in 700 Bars geantwortet. Hier ist Echo Fresh! Hey! Echo's back, Digga! Hallo. Ich räume das kurz noch auf hier. Hier wurde gerade randaliert. Setz dich, Digga! Ja, Mann. Geil. Na, Echo? Alles Fresh? Den hab ich ja echt noch nie gehört. War das wieder? Da, klein. Oh nein, wir sind nicht schon wieder. Jetzt! Hab ich aber echt die Schlaute voll! Mein Bein! Ja! Echo! Hey! Na? Na, Digga! Was geht, Digga? Alles gut? Ja. Hey, Digga, schön, dass du da bist, Mann. Schön, dass du da bist. Wie krass, Alter. Digga, wie lange bist du jetzt schon im Entertainment-Business? Äh, ja, wenn du es so nennen willst, ähm, so circa seit der 2000er-Zahl. Seit der zweiten Klasse. Seit der zweiten Klasse ungefähr, ja. Hier, Cloud-Rap. Kennst du Cloud-Rap? Ja, kenn ich. Kenn ich. Wenn ich jetzt haten würde, würde ich sagen, das könnte ich, aber nicht nur ich, auch Kollegen von mir, die auch länger dabei sind, wie Sammy oder Sido oder so, wie könnten das Freestyle machen, was die machen. Mit ein bisschen Auto-Tune und dann, ich hab auch einen Cloud-Rapper meinte, wenn man zu lange über den Text nachdenkt, dann ist das nicht mehr gut. Ich glaub... Hast du wahrscheinlich eine andere Einstellung zum Thema? Darf ich ein bisschen andere Einstellung? Ich glaub, das ist so eine Seifenblase, ist immer irgendwas, ist dann gerade cool und dann platzt das auch wieder. Du machst Songwriting auch? Ja. Stimmt das oder ist das ein Gerücht, dass du für Yvonne Cutterfeld... Nee, das stimmt. Was hast du geschrieben? Du hast mein Herz gebrochen. Nein! Ja, ja, ja. Digger, weißt du, dass das der erste Song war, auf den wir mit White Titty eine Parodie gemacht haben? Achso, ich dachte schon. Wir haben ihn noch nie veröffentlicht. Weißt du, wie die hieß? Auf den ihr geschmust habt oder sowas. Aber okay. Du hast meinen Arm gebrochen. Ach Gott. Haben wir ihn nicht veröffentlicht. Vielleicht besser für die Welt, leider. Ich mein nur noch, immer wenn ich im Fernsehen bin, das ist das Einzige, wozu so diese Mainstream-Media so relaten kann, dann steht immer, hat den Song für Yvonne Cutterfeld geschrieben. In der Bauchkunde. Ja, das ist diese Schubladenscheiße. Ich hab erst kürzlich... Macht YouTube-Videos. Ich hab erst kürzlich den Song für Pietro geschrieben. Krass. Und? Hauptsache Alessio geht's gut, heißt der, oder? Nein, nein. Und Mucke ist schon so, das ist deine Welt einfach. Eigentlich schon, ja. Mittlerweile ist ja auch Schauspielerei dazu gekommen. Blockbusters, hast du ja gerade erwähnt. Ist ja geil, um viele verschiedene Sachen zu machen. Genau, genau. So wie du auch. Wer ist dein Lieblings-Beatle? Beatle? Ja. Ringo Starr. Meiner ist John Slammin. Ah, okay. Cool. Aber es gibt viele, die kennen sich nicht so gut aus mit Musik. Musst du dir mal geben. Ich hab die Frage nämlich gestellt. Okay. Herzlich willkommen zum kleinsten Quiz der Welt. Wir ballern wieder passant mit Fragen zu. Heute zum Thema... Sparen! Musik! Genau, für jede richtige Frage geht's 5 Euro. Und ich würde sagen, let's go! Are you ready? Okay, rein, 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 rein. Heinz, nice, nice. Go, 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 go. Rein, 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 rein. Herzlich willkommen zum kleinsten Quiz der Welt. Jede Frage 5 Euro 5 Sekunden pro Frage. Da ist die Kamera. Welcher Beatles lebt noch? Äh, John Lennon. Das musst du wissen, so wie du aussiehst. Welcher lebt noch von denen? Weiß ich nicht. Paul Mac. Ja! Paul Mac Hartley. 5 Euro für dich. Großartig. Äh, von wem schreibt Beethovens Neute? Wer? Wer hat Beethovens Neute komponiert? Keine Ahnung. Beethovens Neute? Beethoven. Ja, nochmal richtig. 5 Euro für sie. Welcher Gitarrist heißt wie das Slash-Zeichen? Keine Ahnung. Slash-Zeichen, Slash-Zeichen. Wie das Slash-Zeichen. Wer heißt genau wie das Slash-Zeichen? Slash? Slash. Sie ist richtig gut. Großartig. Hyper? Hyper. Ja. Hyper, hyper. Ja, 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 ja. How much is that? Was? How much is that? De was? Fisch. Nochmal 15 Euro für sie. Welche Band nannen sich wie Türen? Türen. Ja. Das ist ja schon wieder Musik. The Door. The Door. The Door? Keine Ahnung. The Doors. The Doors ist es gewesen. Musik ist nicht so dein Ding, oder? Ne, überhaupt nicht. Wer singt bei den Rolling Stones? David Bowie oder Paul McCartney? Der Erste. 3, 2, 1. Ja, David Bowie. Nein, Mick Jagger natürlich. Was? Woraus bestehen Schallplatten? Ähm, ähm. Plastik. Du bist die beste Musik bisher. Komm weiter. Wow, aus. 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 Schallplatten. Ah! Aus MP3 oder Vinyl? Vinyl. Vinyl. Vinyl, großartig. 5 Euro für dich. Das war's. Tschüss. Ja, Mann. Ja, Entertainment-mäßig läuft heute. Wir haben auch ein Game, Alter. Das ist meiner Meinung nach von allen Trinkspielen. Es gibt das mit dem größten Entertainment-Faktor. Okay. Bierpong. Okay. Schon mal gespielt? Äh, nee. Nee? Ich bin noch Jungfrau. Wir spielen auch was anderes heute. Heinz. Next Level Beer-Pong. Next Level Beer-Pong. Genau. Stellt euch mal, kommt mal mit. So, wir spielen Beer-Pong, wie man das bei mir zu Hause spielt. Okay, okay. Wir haben Beer-Pong-Becher, klassische, aber montiert auf diesen Staubsauger-Robotern. Okay, okay. Das heißt, das Ganze bewegt sich noch. Ansonsten sind das die klassischen Beer-Pong-Regeln. Wir kriegen jetzt gleich Ping-Pong-Bälle und du musst probieren, meine Cups abzuwerfen. Wenn du einen Cup triffst, muss ich den trinken. Sobald einer keine Cups mehr hat, hat er verloren und der andere muss die Cups von dem auch noch trinken. Verstehe, verstehe. Heinz, du zockst mit mir? Ja, gut. Eck, machst du so? Nee, nee, das ist ja unfair, alle zwei gegen eins. Ich such mir einen aus, was im Publikum. Such dir einfach jemanden. Mal sehen, ihr seid alle sympathisch, ja? Erstmal muss ich euch sagen, ihr seht sehr, sehr gut aus. Aber weißt du was, der junge Mann da, der sieht sehr kompetent aus. Ach, das ist ein E-Schnuck hier? Du, ja. Kannst du mal kommen? Oh, okay, cool. Wow. Das ist doch Luke Mockridge. Ja, fantastisch, oder? Und der saß jetzt einfach so im Publikum? Ja, ich nehme an, Phil hat ihn vor der Show angerufen. Wir brauchten ja einen zweiten Gast und ja, nice, Phil, nice. Ja, aber wieso hat er denn schon ein Mikro, wenn der zufällig im Publikum saß? Das nennt man Showbiz. Ja, ich geh nochmal auf den Zweig. Ja, ich geh da einfach gar nicht hin. Wir spielen jetzt nicht gar nicht hier, da sind überall Kameras. Wir spielen jetzt Bierpong zusammen. Dann würde ich sagen, wir klären das in der klassischen Runde. Ching-Chang-Chong, wer anfängt. Eck, schau mir tief in die Augen. Drei, zwei, eins. Ching-Chang-Chong! Ching-Chang-Chong! Bam! Und ich fang an. Ich wollte, dass du anfängst. Okay, das ist jetzt tricky mit den Robotern. Nein! Nein! Nicht so gut, ne? Achso, noch eine Regel übrigens, das Gegnerteam darf immer ablenken. Okay. Willst du zuerst? Immer ablenken. Das war auf jeden Fall jetzt schon mal die coolste Party, auf der ich je war. Ja, genau. Das ist echt der Wahnsinn. Wir vier, das ist so eine ganz schwache Folge Promi-Dinner, oder? Absolut. Moment, aber ablenken heißt nicht irgendwie den Ball ablenken. Nein, man darf nicht zu rühren, man darf nur Bewegung. Das ist eure Ablenkung? Bewegung. Das ist so die teure Version von den Ehrlich Brothers, ihr beide gerade. Luki, du geiler Boy. Uh! Alter Schwede! Nice gemelkt, Alter, nice. Ja, wir müssen ausnehmen. Heinz, hau rein. Ich trink auf euer Allerwohl. Bam! Weil ich muss. Musst du nicht, ich trink gerne für dich Augenbecher. Ist gut? Gerne. Trilch? Sehr lecker. Heinz, hau rein. Interessante Wurftechnik. Leider nicht geklappt beim nächsten Mal. Eins, zwei, Hartz, vier, schau. Oh! Verflickst. Gut abgelenkt. So, ich hab Durst, bitte. Nein! Halt du mich mal hier hinten an meinen Beinen fest. Genau. Was ist das denn für die Technik? Das ist die Titanic-Technik. Das ist wunderschön. Check! Alter! Oh! Aber die Technik ist gut. Heinz, ich will auch diese Titanic-Technik... Kannst du mich halten? Ja. Hältst du mich? Oh, das ist schön. Nein! Das ist etwas schwieriger, als wir gedacht haben. So, ich mach jetzt die Oldschool-Heinz-Technik. Eck, my boy! Schau mir in die Augen. Heinz, ich glaub an dich. Ja! Aber so knapp. Wie wär's, wenn wir uns vor den Tisch stellen? Geht's dann schneller? Es könnte funktionieren. Wir schieben die Nähe aneinander. Vollsicht. Wenn ich mal umziehe, dann helft ihr mir, ne? Alles klar, alles klar, alles klar. So. Jetzt ist aber schwierig. Next Level Bierpum. Und dann wird man direkt ausgewählt. Und dann wird man direkt ausgewählt. Und dann wird man direkt ausgewählt. Ich darf ja direkt mitmachen. Das ist ja ein Riesending. Ui! Ah! Ich hab zu viel Bier. Digga, wenn du jetzt nicht triffst. Ich supporte dich hier. Oh! 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 Das ist wie Engländer beim Elfmeterschießen. Okay. Das ist Bier legen. Nein! Was ist denn los? Du hättest warten müssen, bis das Tablett nach vorne kam. Das ist so ein Druck gerade. Ja, der war ganz gut. Gut gespielt, Junge, aus dem Publikum. Welcher ist denn noch frei? Das ist, äh... Jawoll. Wer ist denn am Thun, ne? Mhm. Werft einfach noch ganz viele. Hier, zack. Komm, Phil! Jetzt komm zu mir! Komm zu mir! Komm her! Ja, fein! Jetzt dreht er sich so! Ja, fein! Ja! Oh! Komm, du wolltest unbedingt. It's next level, Bierpong. So, es bleibt spannend. Alter, was ist das für eine Pisse, die er eingereinigt hat. Das ist ein Match! Jetzt kommt der Quartelwurf. Oh, jetzt kommt der fetteste Wurf hier. Wow! Einer war drin, oder? Ja! Der Junge aus dem Publikum hat das Match gemacht! Sehr gut! Next Level Bierpong! Gute Wahl! Großartig gespielt! Das heißt... Ja, das ist nett, wenn jemand helfen will. Ihr trinkt bestimmt auch noch einen mit. Na gut! Cheers! Danke! Auf uns! Auf euch! Den nehm ich mit, ne? Bam! Ja, das ist dein Geschenk, Junge, aus dem Publikum. Das ist die neue Playzie. Ja, ich muss jetzt das Bier wieder runter trainieren. Und ich habe einen großartigen Fitness-Coach im Internet auf YouTube gefunden. Manfred Power? Kennt ihr nicht? Doch, doch! Manfred Power! Oh! Grohe Eck! Das musst du sehen! Alter! Schaut euch das dann! Beste DVD-Box der Welt! Kein Schleichwerbung! Manfred Power, make your body great again. Hast du dich einmal gefragt, wieso es immer die anderen sind, die ihre Ziele erreichen? Bist du mit deinem Körper unzufrieden und möchtest etwas ändern? Dann tu es doch, Lauchgemüse. Hole dir meine Manfred Power DVD Box für einmalig 59,99 Euro und werde zunehmend zur Powermaschine. Auch ich war mal unzufrieden mit meinem Körper. Ich habe mich belogen und mir eingeredet, ich sehe gut aus. Jetzt bin ich in meiner Massephase und habe einen Muskelanteil von 30% und auch du kannst das schaffen. Ganz nach meinem Motto, make your body great again, zeige ich dir, wie auch du zur Powermaschine wirst. Und das ganz ohne Anstrengung und kalorienarme Diäten wie diesen Low Carb Schwachsinn. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Trainingsanheit. Heute handelt sich alles um Low Carb. Jetzt ist aber auch mal wirklich gut, Schätzchen mit Low Carb. Ja, Freunde, jetzt ist Massephase angesagt, ja? Kickt mal die ganzen anderen Fitness-Lerries aus eurer Timeline. Manfred Power ist jetzt hier. Ganz einfach durch Übungen mit dem Körpereigengewicht. Ich weiß immer gar nicht, wieso Leute das so anstrengend finden, so ein Plank. Ich mache das stundenlang. Das ist auch nicht dabei. Und vielen leckeren Proteinshakes. Leute wollen immer perfekt sein. Doch du musst gar nicht perfekt sein. Nur die beste Version deiner selbst. Die Power-Version. Und ich helfe dir dabei. Aber kreierst du nicht letztendlich durch deine Einstellung dein eigenes Universum, in dem du entscheidest, wie du dich in deinem Körper fühlst? Natürlich nicht! Das Einzige, was in unserer Leistungsgeschäft zählt, ist ein definierter Sixpack. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pure Muskelmasse. Aber der stärkste Muskel ist dein Wille. Und ich will, dass auch du zu einer Power-Maschine wirst. Mit meiner extra für die Power-Gang designten DVD-Box kannst du das schaffen. Also, stay strong, keep up the revolution, and make your body great again. Euer Mann Trick Auer. Make your body great again. Wahnsinn. Weißt du was, Eko? Was so schön war mit dir? Schenke ich dir jetzt diese DVD-Box. Dankeschön. Damit auch du dein Body wieder great again machen kannst. Danke, hat mir sehr gut gefallen. Ich werde mir jetzt zu Hause reinziehen. Mega. Ja, geil, dass du da warst. Das Einzige, was ich mir denke, was jetzt noch fehlt. Was denn? Ein Comeback, Alter. So Rap und Musik-mäßig. Ja, wir machen einen Song zusammen, Alter. Okay. Oder? Wenn du schon mal hier bist. Aber wenn dann ein Hit. Ich mach nicht auf irgendeinem. Ja, nee, wir machen einen Hit. Auf jeden Fall. Na gut. Wir brauchen halt irgendeinen Beat, irgendwas, keine Ahnung, Pesh, mach irgendwas, wo der Bass fickt. Irgendwas Bass-Fickendes? Ja, ja, genau. Warte, da hab ich was. Da hab ich gleich was da. Gucken wir mal. Ja. Ist doch geil. Können wir da was drauf machen? Ist doch geil, oder? Daraus können wir was machen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch irgendwie einen Feature-Artist. Irgendjemand, der bekannter ist. Vielleicht mit einer TV-Show. Hier, Luke, dich kennt man doch. Hau doch mal vor. Na komm. Ich komm doch, setz dich mal. Was ein aufregender Tag. Und spiel doch mal einfach hier diese vier Akkorde, die man für einen Popsong braucht. Die vier Akkorde, die man für jeden Popsong braucht? Ja, genau. Okay. Ah, herrlich. Schön. Das ist ein Beat. Sehr gut. Und dann jetzt einfach über irgendein Thema eine irrelevante Strophe singen. Aber womit sich jeder assoziieren kann. Ja, welches Thema denn? Liebe, Luke. Über die Liebe? Ja. Okay. Hau rein. Es gibt so Dinge wie die Liebe, die tun mir so gut. Es gibt so Dinge wie die Liebe, die tun mir so gut. Das ist so schön. Wie will du bis jetzt dran? Luki. Komm, hau einen raus. Okay. Ein Refrain. Ein lichtsagender Motivator, der sich immer wiederholt. Hau rein. Wir singen das Gleiche. Oh. Wir singen immer das Gleiche. Autochim. Immer das Gleiche. Oh. Oh. Ist das schön mit Luke. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Und jetzt Echo Fresh, den Rap-Part. Ja. 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 Und heizy, boy, in the building. Ey. Phil weiß, wie es ist, wenn man nicht gerade der Schönste ist. Auf dem Posenhof beachten ihn die Mädchen nicht. Klar, stört es dich. Doch was willst du machen, wenn sie anfangen, wegen deines Ausseins über dich zu lachen? Lach zurück, boy, und sei nicht immer wütend. Denk daran, Mädchen stehen auf Gewinnertypen. Da findest du auch deine Süße mal irgendwo. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Wir singen immer das Gleiche. Oh. Come on, come on. Denn das ist so schön. Put your mainstream hands in the air. Sehr schön. Oh. Wie schön. Lucky Boy, heute hier. Vielen Dank. Hier. 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 Vielen Dank. Ein wundervolles Publikum. Das war Neuland. Haut rein. Macht's gut. Cashy Boy. Immer das Gleiche. Feinz. Feinz. Oh, danke schön. Gratuliere. Das war wirklich ein gelungener Einstand. Feinz. Und das von dir. Vielen Dank. Das bedeutet mir echt viel. Als ich das allererste Mal in meinem Leben vor einer Kamera stand, da war ich viel unsicher als du heute. Achso, ich war ja gar nicht das erste Mal in meinem Leben vor einer Kamera. Pressefotos. Hey, Mr. Showmaster, komm. Wir müssen nämlich gerade ein paar Fotos machen, die müssen wir halt raus. Also, komm. Alle drauf. Johnny Boy. Und seid ihr bereit. Drei, zwei, eins. Neuland! Hey, David Hasselhoff. No, David, sorry. You can't be on the picture. Only the team press pictures, okay? Nun lass ihn doch. Ich find das irgendwie cool. Ja. Ja. Come on. It's selfie time. Wo ist der Fotograf? Ihr bleibt da. Bleib. One without David. One without David. Phil, 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 Phil. Der Fotograf ist ja längst weg. Die Bilder müssen doch sofort raus. Was? Game on. Ha ha ha. Untertitelung des ZDF, 2020